Okay, ich lass es. Das ist echt keine schwierige Challenge, ohne Scheiß. Alter, was mach ich denn? Die ist so einfach. Der ist im Block gespawnt. Ah, ich bin froh, ich versuche jetzt zu machen. So, Konzentration jetzt. Ach, Scheiße, Pferde, sollte man nicht spawnen, die kriegt man nur so schwer tot. Ich fahre hier nicht diesen Einsprung wieder verkrackt im ersten Versuch, dann hätte ich es natürlich geschafft. So. So, hinter. Hierher. Ecke. Noch mal um die Ecke. Da hin. Und es hat einfach nicht aufgehört. Nur wegen diesem einen Pisssprung jetzt. Oh, das ist ja. Warte, ich muss die Viecher noch töten. Hilfe, mal bitte dabei. Das ist nichts, was die ganze Zeit macht. Die laufen alle ihrer Mutter hinterher. Ja, da kann man die Rechen mehr töten. so über mir lagen wegen fts oder wegen was internet warum sponsor noch so viele so bis jetzt endlich da nur wegen diesem einsprung war ich jetzt inkompetent ernsthaft Prozent auch in der ich hasse diese Sprünge ich hasse sie gehen und es ist mit der Tülle ne wie nennt man das keine Ahnung weiß nicht was du meinst ne bei Superhelden äh doll die Schwachsteller angehen man muss natürlich auch schon sprinten der die 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 weggeworfen aber es ist ja selbst schuld also ich hasse solche sprünge solche deckensprünge die sollen sie abschaffen die bringen mich noch zum rage quitten natürlich war der erste versuch wieder der beste ist irgendwie immer so das was ey loll warum steht hier ein Erdblock wo hier unten hast du den da hingesetzt wenn du den nämlich da nicht hingesetzt hast kann man ja abkürzen vielleicht habe ich ihn eingesetzt, vielleicht aber auch nicht hey, sag mir, ob du den da hingesetzt hast das darfst du, ne, gut, das jetzt, ja, hab ich ok, dann darf man den nicht benutzen oh, später das wollte ich ja wissen kann ja sein, dass der Map-Besteller ein bisschen scheiße war komm, schlag mich runter du bist ich bin nicht in den Spenden gekommen, oh, sorry du Spacko ich wollte das für ein Schlauch oh, Mann, nur das war nicht böse oh jetzt wirst du ewiger Raum kommen glaub mir, du wirst nie mehr, ne, äh nie wirst du mehr schaffen ich glaube, ich sollte lieber einen großen Bogen um dich na hast du erst bei dem ja, zwar ist deine Rache vorbei ich hab dich ja nicht absichtlich geschlagen boah, so oft wie du mich schon geschlagen hast, hätte ich tausendmal Rache ich hab nur nichts gesehen, deswegen hab ich dich jetzt geschlagen ja, da kann man so einfach mal sich irgendwie eine Ecke stellen ja, klar ja, klar weggepäscht die Pitsch von der Kerl dieser Anfang, der kotzt am meisten an nicht dieser Zaunsprünge, nein der Anfang nein nein oh Mann ich glaub, die werde ich aufgeben ich weiß es noch nicht Gucke mal ich hab dich nicht drunter schlagen bitte nicht drunter schlagen fuck, fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck fuck, fuck das aber damit nicht die Challenge überspringen mit dem Pferd sagt wer ich darfst du nicht ich nutze jetzt diese Abkotzung von dir für die Sünde überspringen und probieren der Anfang ja kotzt an ja, da musst du wohl das gilt als aufgegeben, ne das als einmal benutzt ja und ich noch keinmal eigentlich, weil du mich dann wieder sofort drunter geschlagen hast egal, ich hab's ja nicht geschafft ich hab's geschafft auf jeden mit dem Pferd ja, das nennt sich dann auch aufgegeben da unten steht, da kannst du auch nehmen wenn ich es aber nicht will, wenn ich noch motiviere im Gegensatz zu dir, der nach 5 Minuten die Challenge aufgibt ich weiss nicht ach so lange, so langweilig du sagst oh ja, die Map ist so geil komm lass die auf jeden Fall durchzocken ne, ich mein jetzt grad dir zuzugucken so, und jetzt hab ich gefehlt jetzt werde ich dich runterschlagen und jetzt hab ich wieder eine Challenge weniger aufgegeben als du ist denn ein Checkpoint aufgemacht? ist der offen? Ryan, ist der Checkpoint offen? mach du gegen raus guckst du nach wo ist denn der? ach das ist der Checkpoint ist doch die ganze Zeit nach einer Tür, die dann aufgeht so, hier kann man ja reingehen Leute, da unten war ne Truhe ja komm, schlag mich wie immer, wie immer es kotzt es ist richtig derbst dass du immer dann zu mir gelatscht kommst um mich runter zu schlagen nur weil du einfach scheiße bist ja man ich finde, dass man es nicht mehr machen soll dass man einen von unten runter schlagen darf höchstens auf der Challenge wenn man hinter einem steht oder so ok jetzt kommst du ja, war so klar jetzt darfst du nicht mehr ich weiß ich mach das ja eh nicht, weil das sinnlos ist du hast schon wieder nach mir geschlagen ich nicht ich hab's gesehen nein oh gott das war ein schwerer Sprung oh gott das war ein schwerer Sprung nein darfst du nicht boah wieso machst du es so schnell? ich bin direkt hinter dir, ich könnte dich schon die ganze Zeit runter schlagen weil ich einfach nur vorwärts komme ich will jetzt sehen wie du den Sprung schaffst ich finde ihn übel schwer ich finde ihn übel schwer oh ja ich finde es war ich bin eines der ich bin einiger erinnert ich bin einiger